Bam, tschüssi, schon wieder gesniped, Yumeko, armen Sau Immer schön unten halten Oh, Metallic, die Sau, nicht drauf schießen, nicht drauf schießen Oh, das war nice, das war nice, dass der runtergefallen ist, sonst wär's übel ausgegangen Was fliegt der denn hin? Good Harakiri Das war nice Schön mal mit Low HP gegen Metallic Man gedashed Und Bind, ja, ja, schön We need more AP, äh, AP, ja, signed Pound Gear, äh, Pound Cake Ist die Yumeko gerade? Ah, da ist sie doch Aber sie ist tot Hä? Okay, Überblick verloren, aber okay Ist ein TD Okay, okay, drei TDs in einer Minute, schaffen wir das? Just a second, muss kurz was schauen Okay, alles klar Entschuldige die Störung Einfach mal Reifeuern, vielleicht treffe ich was Bam Keine Chance Ja, 40 Sekunden noch She's shirtless What the fuck Ach so, ach so Shirtless, das heißt ohne Bonus Ja, ja, schon klar Ding Dong Shirtless Ich bin so pubertär So, Sniper Part ist erledigt Vermutlich mache ich jetzt noch ein langes Match mit dem Full Push Set Und dann, ja Und wir haben einen Rank Up 5000 Pen für uns Und eine Shy, okay Emote Ding Dong 50.000 Pen Oh, lol Ähm, ich muss mal kurz schauen Yay Für Frauen Ähm, lass mich raten Schild License, ja War das gerade mein Handy War das gerade mein Handy Wo ist mein Handy Da oben No, nothing Okay, nevermind Okay Erhack We may move with the shield But your SP would decrease Ja, ja, das war's hier schon vorher Ah, ich hasse dieses Das ist Das dauert zwar nicht lange Aber es ist total stumpf Aktivist Schild Und tust einzeln Alle Mindshocks Wechseln Ja, sterb Und das Beste ist Ja, man kann Mindshock nicht Einsetzen Während das Schild da ist Beziehungsweise Das Schild geht dann weg Und man muss einfach nur stumpf Hinter die doofen Sentries gehen Ja, schön Schön Und zack Danke, gewonnen Äh Koreaner So, jetzt muss ich mal sehen Ob ich alles habe Ich weiß gar nicht Also ich hab Revo Auf jeden Fall Ich habe HG nicht Keine HG Du musst mich verarschen Seriously Ach du Scheiße Okay Dann liegen jetzt noch Zwei License Falls Die wir machen müssen Handgun Attack Eins, zwei, drei, vier, fünf Bam Oh Lange nicht mal die Handgun In der Hand gehabt Vor allem Seit der Spydecker draußen ist Lol So Jetzt müsste eigentlich Der Test schon anfangen Jo So Muss ich jetzt ernsthaft Auf die Entfernung Mit der Handgun Schießen Nach Stumpfer geht's ja gar nicht Wir haben wahrscheinlich Genau denselben Verdammten Test Bei jedem Hat jeder Waffe genommen Danke Zweimal auf jedes muss ich schießen Ey Das ist so doof Danke Naja Schürt an mir vorbei Während ich nachlade Naja Schweine Bam Bam Kommt ja Ihr Schweine Geh nichts schauen Wird euch Aufheizen Äh Einheizen Ja so was Eins Danke Und Acht jetzt noch Sieben Fünf Zwei Come on dude Eins Danke Epic Win So Jetzt lenkt noch die von BSG vor uns Die wir auch schnell machen werden Danke Welcome to the burst shotgun license training area Attention to the instructions Ach das ist auch anders Warum lese ich das vor Eins Zwei 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 Vier Fünf Danke One Ja press R key Mein R key ist Äh E key Ich lade mit E nach Dude Last but not least The test Hm Hm 3 2 1 Selbst vorliegendlich ist so fail Komm her Komm her Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Eins Zwei Drei Stumpfness For the win Drei Vier Muss rumzappeln Sonst wird mir langweilig Es ist so stumpf Einseitig Ähm Don't you die Danke Ja der große Moment ist gekommen Den ich nicht weiter Dramatisch wirken lassen kann Ähm Ja HG mache ich glaube ich Für das erste Ja Jetzt noch den Skill Schild So Mache ich mal kurz Practice an Dann zeige ich euch was ich meine So Ich denke an den Eins ist dran Ich weiß es nicht Ich habe random geklickt Ist die A1 Okay Also passt auf Ein ganz schnelles Tutorial Also HG Schuss Revo Schuss Und BSG Schuss GTFO BSG Schuss Wenn ich gedrückt halte Geht so schnell Revo Schuss Geht so schnell Wenn ich gedrückt halte Und HG Schuss Geht so schnell Wenn ich gedrückt halte Nachladen Und It's on Schild Okay Gehe ich mal weg hier Schild 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 dodgen Schild dodgen Schild dodgen Schild dodgen Schild dodgen So was So BSG Schuss Dodgen und Revo BSG Schuss Dodgen Revo Verstanden Im Prinzip Dann passt mal auf So Pretty much Ziemlich Simpel Obwohl es Am Anfang Ziemlich kompliziert wirkt So So Damit Geht man jetzt In DM Oder Ja ich gehe lieber In DM Erstmal Ich kann ja im nächsten Part Dann nochmal TD machen Blablabla Mr. Freeman DM Awesome Shit is awesome So Jetzt hat er gerade erst angefangen Noch besser Ah komm her Schade Danke Okay der wird gleich sterben Hoffentlich Dude Die Ach schade Ja ich muss erstmal in das Set reinkommen Ich habe lange nicht mehr damit gezockt Weil das ziemlich ineffizient ist Vor allem weil man strikt Ohne SP plus Und wenn man an SP plus ist Gewöhnt ist Also eine SP plus Horror ist Dann ist das ziemlich schwer Natürlich braucht man ein Aim dafür Was ich habe Weil ich Gott bin Ähm ich meine weil ich gut bin Also gut Gott Haha Entschuldigung Wo ist der Ohne Part Ich Ich Tsch things Liebe B schon Five Are